Ich bin jetzt hier in Riem auf der Rennbahn für Galoppa und da waren wir auf dem United Arabian Emirates Erfahrenstattung. Da sind schon ganz tolle Fähre gelaufen. Sollte ja nächstes Jahr noch besser werden. Und am Sonntag kommt der Dallmayr Cup und dann werden wir wieder oben hier in den Wittbereich sein. Der Grasen ist ganz toll und schön. Gut hergerichtet. Und jetzt ist er nicht mehr der Kurt Zwingmann. Der Geschäftsförderer ist jetzt in Rente. So gibt es einen neuen Geschäftsförderer. Ich glaub so 125.000 Euro ist dieser Preiswert. Da hinten ist die ganze andere Olympiaanlage. Und hier ist dieser Golfplatz.